Musik Moin und herzlich willkommen, Zirinox mal wieder hier. Ich hab wieder einen neuen Glitch entdeckt und ja, es sieht so wahnsinnig friedlich hier aus. Ich liebe die Map Metro. Ja, mir fehlen die Vögelchen. Wow. Oh, was? Was? Ja, natürlich. Ja, also das wieder zum Thema Friedrich und das zum Thema, wie verdammt nochmal kann man hier als US bitte einen Mörser benutzen. Das werde ich euch jetzt einmal zeigen. So, verlegen. So, dazu spawnen wir einfach hier oben. Hab ich mir natürlich schon vorbereitet. So, jetzt könnt ihr den Mörser auswählen. Euch hier vorne rantasten. Und hier den Mörser abstellen. Bewegt euch nicht zu viel, weil hier überall Kill- und Deathzones sind. Ähm, beziehungsweise sogar Kickzones. Wenn man jetzt hier in den Mörser reingeht, hat man folgende Ansicht. Ähm, um noch ein bisschen besser vielleicht klar zu kommen, wo was ist, kann man sich durchaus mit M nochmal die Karte angucken. Ähm, ja. Und man könnte dann halt fleißig feuern. Man sieht die kleinen Ringe, wo die Detonation aufschlägt. Ja, da ist. Soll das tatsächlich wieder so sein, ist das Sinn der Sache. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Euer Surf zu Renox. Untertitelung des ZDF, 2020